Hallo liebe Leute und wir kommen beim Server original pvp.net Neues Server unterstrich LP hat schon die erste Aufnahme mit darüber gebracht und das scheint mir ganz cool zu sein, dann hab ich gesagt, komm join mal auf dem Server, scheiß doch drauf und machen wir mal jetzt rein! Und ich bin auch wieder dabei und ich bin direkt mit dem Creeper Explosion! Ja, ich bin hin! In... In... 3... 2... 1... Willkommen meine Freunde und Mongolen! Zu einem Let's Play Minecraft pvp.net Die Server-Face pack ich in die Beschreibung Ich kann's ja auch jetzt sagen, aber es war halt voll, es ist so anstrengend Original pvp.net Ja! Das ist die Original pvp.net Das hab ich gesagt, wenn man sagt... Und wir voten auch direkt, würd ich sagen, dann kriegen wir ein paar Sachen... Wo ist die eigentlich die Enchantium? Hä? Hä? Gibt doch gewartet? Hä? Hä? Nochmal! Flash Vote! Hä? Hä? Von 30 Level... Von... 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 Okay. 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 Dann geben wir direkt voten, denn das sind wir voten, 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 vot... Okay. Geben sie zwei... Die Ziffern. Hey, wo ist hier? Eins... Vier... Acht... Eins... Zwei... 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 Äh... muss ich nicht irgendwo meinen Namen schreiben? So ein Game-Name... Na... Geiler Typ hat sie dir, mann! Wo sind wir? Mit der ganzen Tierrüstung hab ich jetzt! Zwei... Zwei... Wieso? Zwei... 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 ja gib mir die sachen die du fürs voten gekriegt hast der arzt und wartet einfach bei mir ja und wo man die gesporen wenn ich einmal aufschlangen bin ja gar nicht ich lass dir einfach da liegen wo daneben wo du bist ich bin am sporen ach da bist du ja ich lass dir einfach da liegen eins zwei und drei ach ungestört danke haben wir nicht noch was für den vot gekriegt ja ach da oben ist der enchanting room meine 30 ep sind weg ich ich weiß auch nicht warum aber wir tun einfach den zählen den 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 der den 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 der den 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 die den beckere in die die Kann ich geben. Ein Versuch war's wert. Pupup, puh, 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 puh! Pupounou, puh, 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 puh! Wo bist du? die Tuben machen wir gerade Steinsperr. Gehen wir PvP? Ich bin schon drin. Wenn ich meine gehen wir Farmen. Farmen? Ja Farmen gehen. Diamanten und so. Bist du beim Dorf? Bist du beim Dorf? Geh zum Dorf. Okay? Weißt du wo es ist oder? Ja. Weißt du was ist? Ja sehr schön. Geh da hin okay? Ich bin da gleich. Ich bin auf dem Weg hin. Bis auf der Kontrolle zu. Bist du da? Ich glaub was hier nicht. Da. Ich komm grad hin ja. Ich hab ein Eisenhelm. Oh. Hm? 5 Schwert. Natürlich ist es gleich Schwert. Und eine G-Max Kick-X. Die macht wahrscheinlich mehr Damage wie das Schwert. 5. 5. 5. 5. Beide machen gleich Damage. Und beide machen gleich Damage. Fuck, der hätte ich eigentlich nie nehmen können. Du weißt wo es drauf ist? Ich bin jetzt vorbei gelaufen. Nein! Nicht vorbei gelaufen! Alter der! Wieso haut der ab? Kann man uns CP'n? Ja, wie geht? Was hat es der? Hm? Ein besonderes Einblick. Eis noch ein bisschen? Ja. Echt? Krieg ich die? Ich hab noch einen. Nee, ich hab noch Helm. Okay. Hat er dir Schwert? Ja. Krieg's auch. Ich brauchte es. Okay. Komm zum Dorf. Wenn da einer rumläuft, nicht killen. Ich bin dann doch. Okay, wo bist du? Siehst du die Dinger, wo es hochschießt? So viel. Alter, wo bist du? In so einem kleinen Dorf finden wir uns nicht. In so einem kleinen Dorf. Wir sind in einem anderen Dorf. Echt? Ja. Wenn du beim Dorf siehst, dann ist es gleich gesporn. Ich weiß nicht. Warte. T. 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 denn warum wir sind mit dir und hier ist der Weg ich sehe ja komm, bist du da? Follt mir! Da ist noch einer dir! Ich kann nicht rennen! Du bist gerade voll vorbeigelaufen ich bin am Wurfen komm doch schnell häng ihn ab Nein ich will ihn hier töten da, ich bin dabei hinter dir, hinter dir schlaft ihn einmal Mathe Nein Halt doch mal schnell Ich kann nicht rennen Du brauchst Essen Ja Hier Ich hab dich hingelegt Ich bin so schnell, Alter! Ja, ich bin Speedy Speedy Hey! Ich hab mein mein abgerüllt Ge- Wo seid ihr? Wo seid ihr? Seid ihr nur gerade aufgelaufen? Ja Ja Nein Ja Geil Geil Ja Ich bin hier, Russi Hey! Geil Weißt du was? Was macht der denn? Dann scheint uns zu dir Ich bin tot, Alter! Echt? Gleichzeitig sind's tot Ich bin tot Warte, geht ein Geil Bist du kam, Welt? Nein Warte Geil Geil Alter, so geil So geil Wir schlagen uns gleichzeitig an! Seid ihr hier irgendwo? So geil, jetzt hat er sich das Tier schnell! Warte! Warte! Irgendwann im Saftgebiet. Warte, schon im Sumpf? Ähm... Ja... Also wir sind reingenommen. Warte, warte! Da muss es sein! Da muss es sein! Da war so eine Burg, ja? Was komisches. Da muss es sein! Nein, nein! Ja! Das ist es! Gib mir meine Sachen hier! Du kannst die Entschuldigung hier studieren. Aber ich will überall Sachen hier. T-Slash Sparen. Alter, so geil! Das habe ich noch nie gesehen! Junge! Junge! Also die Aufnahme ist richtig geil! Ja, das ist meine Entschuldigung! Richtig geil! So, wie viele Sätze? Noch mehr Sachen? So geil! Dann nehme ich schon mal die normalere C. Neuzen! Also die... die... die Entschuldigung... die Entschuldigung... die Entschuldigung, die Entschuldigung was von dir geht... Ja... Das ist der Schwert! Warte! Du bist du... warte, warte, warte! Warte... Du hast mir ab! Ja, dann! was denkt ihr schaut hier dann gebe ich dir mal zwei die folge ist der hammer ich liebe ich habe mich ja ich dich rein und dann tot ja ja verbrennung okay dann sind wir nicht machen wir lieber noch eine ganze rüstung habe ich gar nicht bei rüsten nach die brustplatten ich mache ich mache kurz kleines event ein eigenheit zu verschenken ist so gestorben das will nicht haben vom hier schenke ich dann brauchst du dir da kannst du dir noch eine einfache oder nehme ich auch direkt natürlich millionenkerne können wir die gebrauchen ja ich behalte sie mal hier die sammeln die hälfte von pflastersteinen in den vorherzeit nehmen es geht auch hier eigentlich sind alle anderen toll der geschützt hat so So, so, so. Ihr werdet sich auch dran. Ich komme her. Ich kann zur Not jemanden anzünden. Ich glaube einfach vom Lauf weg. Weißt du, das ist wahr, denn wenn du jetzt ein Gliederfüßel bringst. Also nicht helfen. Ich bin nach dir streben. Nach dir streben. Ich bin nicht rein. Ja. Tot. Ja. Mit der Zeratze der Lirussi. Nein. Eisen. Ja. Da steht. Hat der ein... Ich hatte ein platzisches Dierschwert. Welches? Ich hatte nichts, aber ein enchantliches Dierschwert. Welches? Schleife eins. Schleife eins. Was ist das? Schleife oder so? Schleife. Oh, wie lange zockt man sonnen? Wir zocken schon 17 Minuten. Okay, dann mache ich einfach, würde ich sagen, T slash. Das Spawn. Okay, wir sind hier am Spawn. Ich habe eine Flasche. Oh, hier eine Flasche. Müssen jemand? Oh, das ist... Was ist da mit dieser Folge? Was ist da mit dieser Folge? Was ist da mit dieser Folge? Ich werde nochmal die Folge. Und... Und...